Unter der Leitung des Dachdeckermeisters Jens Neumann stehen beim Berliner Familienunternehmen Wolfgang Blum GmbH & Co. KG Qualität und Zuverlässigkeit seit über 100 Jahren an erster Stelle. Unser Betrieb mit Sitz im Herzen Spandaus ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für das Dachdeckerhandwerk. Wir legen größten Wert auf handwerkliche Präzision und individuelle Beratung, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Daher sind unsere 50 Mitarbeiter, 14 LKW, Hebebühne und Autokran durchgängig für Sie im Einsatz. Gerne überzeugen wir auch Sie. Rufen Sie uns an!